hallöchen leute und da bin ich wieder bei minecraft ja heute im hintergrund mit etwas musik ich hoffe sie ist nicht zu laut ja und wir machen da heute an unserem leuchtturm weiter gut gefällt mir gar nicht so da unten müssen wir jedenfalls noch eine plattform her machen weil das sieht so echt beschissen aus da haben wir aber nichts dabei das heißt wir machen jetzt erstmal ein bisschen stein und da sind wir weiter so was ist hier bin okay das brauchen wir nicht also mal hier schon mal stein rein so das bringen wieder hinten hin das brauchen wir jetzt nicht mehr da reinpacken so glas brauchen wir jeden fall auf jeden fall das habe ich dabei treppen brauchen wir auch nicht mehr das machen wir dabei da rein lehm brauchen wir leben noch weiß ich gar nicht ich denke mal das brauchen wir nicht treppen die brauchen um lampen was machen wir denn dafür lampen mal kurz lamps machen wieder orange gelbe rote weiß möchte ich nicht machen orange gelb vielleicht die hier ich weiß nicht wie das dann aussieht obwohl orange ist gar nicht so eigentlich ist das aber eher so gelb oder wie sieht das aus ja aber das gelbe gefällt mir nicht zu unbedingt oder wir machen grau ja ist jetzt natürlich sehr schwer dann machen wir mal orange vielleicht entscheiden wir uns dann ja noch um wir brauchen kloster und orange mal schauen ob wir da hinten noch was davon haben hier in unserer mark kiste ja da haben wir noch orange dann brauchen wir kloster und ich weiß sagen wir heute einfach mal anders dazu ähm so war das glaube ich dann so und so um vier lampen also acht sagen wir mal vier ist acht nehme ich halt mal an so dann hier aber das geht sich eh ne was war da unten doch eins zwei drei vier okay reicht ja dann brauchen wir wo habe ich denn da ist es das brauchen wir unbedingt da müssen wir eh noch ein paar davon machen ach nee da haben wir noch welche so machen wir die hier mal da durch haben wir hier ein paar stück ähm solche platten brauchen wir dann noch genau solche stone wir brauchen also da immer damit wir das dann ähm ja einstellen dass er sich so im kreis dann dreht aha da brauchen wir stein dafür äh da müssen wir hinten ein bisschen stein ähm kabel holen ähm ne ja hier haben wir oh gott da war zu wenig nur mehr dann haben wir mal hier ein bisschen stein noch ach das geht eh schnell so viel brauchen wir dann da eh nicht gut so das da rein naja das dürfte ja dann naja machen wir den ganzen durch ist ja egal da schmeißen wir hier noch von ein bisschen rein ähm das heißt wenn wir das sowas so mal machen ja wir brauchen dann zum zumachen da noch stein so da das noch durch schalter wieder irgendwo noch schalter die brauchen wir natürlich auch ähm so geht das korbel ja genau ah jetzt habe ich einen zu viel gemacht egal ähm was könnten wir dann noch so gebrauchen weiß ich gerade gar nicht keine ahnung so ich würde sagen wir gehen da schon mal hoch und platzieren da schon mal ein bisschen was äh also chitpik gibt auch langsam auf und wir brauchen hier oben noch doch noch clay ähm ja wie machen wir das hier wenn die von da kommt so so hier können wir zumachen so 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 ah das geht hier nicht mehr weg damit hm wir müssen da noch theoretisch eins hier so her machen haben wir da hm ne haben wir jetzt nicht dabei egal dann machen wir hier noch oben eins drüber und zwar so machen wir das aber dann kommen wir da wieder nicht raus aber was mach ich denn da so da gehen wir dann da hoch und dann ist da oben das ist echt doof aber hier stoßen wir dann da an wenn wir hier und hier hin machen dann kommen wir da nicht hoch was jetzt natürlich etwas kompliziert na wir machen das anders machen hier einfach zwei hoch dann geht sich das aus vom runter gehen dann machen wir noch eins höher so und dann machen wir dann so hängt wie die lampen nein 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 nicht runter fallen nein so aber dann können wir hier schön noch runter gehen oder klar sehr schön machen wir das so dann glas ah ich möchte das gern genau was dann hier es ist eh ziemlich eng aber hier soll dann das glas herkommen also brauchen wir noch clay gehen wir es jetzt noch besorgen sand brauchen wir auch noch ein bisschen ah als erstes gehen wir mal das jetpack aufladen weil wenn da hier so links ausgeht dann wäre ein bisschen doof wenn wir da runter fallen würden so dann lade dich mal auf wie ist du wie ist du dann müssen wir da hinten noch sand holen na mach schon so endlich dann gehen wir da drüben schnell sand holen brauchen wir nicht viel ein bisschen halt na vielleicht brauchen wir sogar ach schauen wir mal wie das in der nacht aussieht wenn nicht müssen wir das ganze dann halt umbauen so na sand stehen brauchen wir keinen mal eins runter hier das waren zwei aber egal so ich habe jetzt auch endlich wieder mein neues altes headset das ist nämlich kaputt gegangen warum weiß niemand aber ist so und das habe ich heute umgetauscht und ja hatten sie zum glück ein ersatzgerät hallo sie hatten zum glück ein ersatzgerät und so hatte ich kein problem wusste zwar die letzten paar tage schon weil es ist nicht heute kaputt geworden schon vor ein paar tagen zum glück hatte da ich noch hatte ich da noch ein paar folgen im voraus weil sonst dann hättet ihr nichts gesehen aber zum glück funktioniert das naja so 64 reichen wollen wir sie nicht aufhalten mit dem blöden sand hier bienen können wir auch mal nachfüllen schauen wie es hier aussieht ja machen wir einfach so rein da na so emerald auch hier auch hier auch hier das lasse ich mal lieber in ruhe dann muss ich doch mal schauen was wir damit nochmal kreuzen können damit wir da vielleicht noch eine emerald drohne oder so vielleicht bekommen damit wir die dann damit wir die emerald nicht wieder verlieren wenn wir sie dann mit irgendetwas kreuzen lapis drohne ich will keine lapis drohne ich will eine lapis prinzessin so gut es wird schon wieder nacht es gibt es ja nicht so dann mache ich hier in den öfenen sand durch und wo hat das clay machen wir hier durch ach super da ist noch eines wow wird sich vermutlich ähnlich ausgehen wie jedes mal aber ja was soll es gut ich werde da schon mal einen timer machen damit wir das schon mal testen können ob das funktioniert wie wir das haben wollen ich glaube ich das haben möchte dann brauchen wir erstmal so und so davon brauchen wir zwei stück hier oder ne drei stück ach hier dann brauchen wir das hier okay da brauchen wir jetzt dann mehr ach ja da kriegen wir eh drei stück davon raus aber ich brauche trotzdem noch platz da so hier gleich eine stack mitnehmen dann rein damit ach ja das brauche ich nur der herrling sechs stück dann haben wir die 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 das brauchen wir nicht dann brauchen wir das noch stein redstone pfff dingsbums dingsbums so das dann stein das und sowas genau dann haben wir hier sowas brauchen wir das untere das ist eine redstone fackel und nur so ein teilchen das da genau dann war es so 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 und oben war nee oben war das hier gut dann haben wir schon mal einen timer mal gucken hoch 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 hier haben wir dann auch schon zwei können wir hier dann auch schon drauf machen so 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 hier fehlt aber noch und drüben fehlt noch so wie machen wir denn das dann aber das ist jetzt natürlich bisschen doof vielleicht so was wir dann da oben mal das verbindet sich das ist scheiße ja das ist echt scheiße wir brauchen hier auf jeden fall überall mal sowas dann machen wir das so ja so bin gerade damit also dann machen wir das in diese richtigen und dann irgendwie nach hoch machen wir oben noch so einen kleinen so ein kleines türmchen oder so ein kleines dach wo das irgendwie versteckt ist mal schauen wir müssen die nämlich die vier verschiedenen steuern jetzt gehen wir mal schauen ob unser Glas schon fertig ist und unser äh äh clay bricks genau sehr schön die machen wir gleich zu die anderen das reicht eh nicht bleibt genau wieder eins übrig das nervt extremst müssen wir das halt im dunklen fertig machen kann ich leider nix machen ich will nicht extra wert da machen gehen so machen wir so so ah die reiche können wir noch machen ich habe lieber auf zu singen weil sonst kriegt sie hier allesamt noch einen Anfall gut haben wir das schon mal äh nein so war nee das wollte ich eigentlich so nicht das wollte ich ja anders wollte ich ja eins dreher machen damit das ja nicht beeinträchtigt wird das licht das war jetzt falsch gedacht und zwar möchte ich das hier so und so haben genau so war das na jetzt ist gleich unser ganzer Stein weg hier nur wegen diesem Blödsinn so das machen wir hier noch schnell so genau so wollte ich das haben und nicht so wie ihr euch das wieder vorstellt hier ah da warte ich lieber noch sonst muss ich hier zu viel verbrauchen so weil dann kann man das ja so weitermachen oder genau gut so wollte ich das nämlich da ja dann werde ich offline noch schnell ein paar Pricks besorgen und ich würde sagen wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge macht's gut Leute ciao